In diesem Video beschäftigen wir uns mit der Programmierung eines Klickzählers mit dem Calliope Mini. Die Aufgabe dafür ist, erstelle ein Programm, mit dessen Hilfe die Anzahl der Klicks per Tastenbetätigung gezählt werden kann. Die Aufgabe teilt sich in drei Bereiche. Erstens, durch Betätigen einer Taste soll ein Zähler hochgezählt werden. Zweitens, mit Betätigen einer anderen Taste soll die Zählerzahl wieder auf 0 zurückgesetzt werden. Und drittens, in regelmäßigen Abständen soll der Zähler auf der LED-Matrix, dem Display, ausgegeben werden. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen dafür die Blöcke aus den Kategorien Grundlagen, Eingabe und Variablen.